Ich glaube, dass kleine Kommunen da dann eine Chance haben, wenn sie miteinander vernetzt sind und bisher ist das oft an den Entfernungen gescheitert. Dieses Problem löst sich ja durch die Digitalisierung, man muss sie nur angehen. Die Digitalisierung bietet uns die Chance, mit kleineren Gemeinden zusammenzuarbeiten, aber auch mit großen sich zu vernetzen und K1 ist für uns das richtige Mittel zum Zweck. K1 wird definitiv die Arbeitsleistung verbessern in der Kommune. Wir werden schneller arbeiten können, wir werden besser arbeiten können und zielgerichter arbeiten können. Durch K1 wird es halt eben einfacher für uns, man fühlt sich besser zurecht und dadurch kann man halt eben effizienter arbeiten. Die zunehmende Digitalisierung der kommunalen Verwaltung stellt uns alle vor große Herausforderungen. Da ist es erforderlich ausgezeichnete Fachverfahren zu haben und MPS K1 stellt ein solches ausgezeichnete Instrument dar, mit dem wir gut arbeiten können. Ich erhoffe mir von der Verwaltungssoftware K1 eine einfachere Arbeitsweise. Das Besondere an der K1 Software ist, dass die Workflows sehr durchdacht sind, dass die Bedienungsweise sehr, sehr einfach ist und dass wir von überall her zugreifen können. Die Verwaltungssoftware K1 ist für uns ein wichtiger Aspekt, um die Digitalisierung innerhalb der Kommune voranzutreiben und ich erwarte mir da insbesondere Leistungsfähigkeit, eine Steigerung der Leistungsfähigkeit, eine höhere Qualität und eine höhere Transparenz. Für mich als Bürgermeister als auch für die Verwaltung insgesamt. K1 ist der erste Schritt in die Digitalisierung. Ein wichtiger Baustein, der es notwendig macht, die komplette Kommune nachhaltig und effizient zu gestalten. Die Digitalisierung ist elementar für die Kommunen und auch für die weitere Ausrichtung und Nachhaltigkeit der Kommunen. K1 bietet die optimalen Werkzeuge, all das zu bewerkstelligen, aber die Digitalisierung muss durch die Kommunen umgesetzt werden. Also ich und die gesamte Verwaltung, wir erhoffen uns von der K1 Software, dass wir einfach die Verwaltung als kleinste Einheit in den Kommunen weiter voranbringen, dass wir einfach die Bürgernähe damit stärken können. Ich erhoffe mir von der K1 Software Erleichterung insgesamt im Finanzwesen. Ich erwarte, dass die Verwaltung schlanke arbeiten kann und transparenter.